Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, gestern ging es in der Gruppe, beziehungsweise wenn das Video online kommt, vorgestern ging es in der Gruppe ein bisschen nochmal abends so eine kleine Diskussionsrunde, weil Micha hier einen kleinen Text von CashwithDave gepostet hat. Wegen Binance, BNB und was das für den Markt bedeuten könnte. Und dazu habe ich mich jetzt mal zum Anlass genommen, einfach mal so ein kleines Video zu machen, weil Binance, glaube ich, so ein Thema ist. Ich bin jetzt drei Jahre oder dreieinhalb Jahre im Kryptomarkt und Binance verfolgt eigentlich täglich irgendwie jeden. Jeden Tag kommt irgendwelcher FUD, irgendwelche News über Binance, irgendwelche, ja der BNB-Token ist nicht gedeckt, dann das und das und das und das und das. So, und deswegen möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen meinen Senf dazugeben und wie ihr euch da auch im Endeffekt drauf vorbereiten könnt. Bevor wir jedoch starten, trotzdem gerne dem Video wie immer ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Telegram-Gruppe join und damit würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Wie gesagt, ich fange jetzt mal hier an diesen Text zu lesen. Also Binance, BNB, eigene Meinung. Binance pusht illiquide Token, fängt Shorts ein und treibt die Funding-Fees alle acht Stunden auf zwei bis drei Prozent hoch. Das ist vor allem in den letzten Wochen sehr, sehr auffällig und Binance hat immer noch diese Marktmacht, muss man auch dazu sagen, um eben genau das hier zu machen. Gleichzeitig bieten sie die APR irrsinnig hoch an, auch richtig. Vergleicht einfach mal Binance mit, ich sage jetzt einfach mal KuCoin, Maxi, wo ihr überall das im Endeffekt machen könnt. Vergleicht das einfach mal. Ist Binance mit, oder würde ich jetzt sogar behaupten, mit das höchste APR, was euch teilweise geboten wird. Gleichzeitig bieten sie eben die APR-Irsinnig hoch an, um Spot-Bestände zu sperren, natürlich, weil du sie weggibst, und den Verkaufsdruck standzuhalten. Interessant ist auch die Kombo Justin Sun, TUSD und CZ. Mal gucken, wie lange es noch gut geht. Das sind auch solche Sachen, Justin Sun und so, Tron, was da im Hintergrund läuft, auch mit diesem True US-Dollar und so. Und man hat ja jetzt BUSD fast überall im Endeffekt verbannt und sowas. Da muss man schon vorsichtig sein. Nein, dann ging ja letzte Woche, ich glaube, letzte Woche, ja genau, am 16. September lag das Börsenvolumen auf Binance US bei 5 Millionen US-Dollar. So, jetzt muss man aber auch dazu sagen, Binance US ist nicht komplett Binance. Das ist wieder was komplett anderes. Deswegen, letzte Woche habe ich dann auch ein bisschen gelebt, oh nein, Binance hat nur noch so wenig Handelsvolumen, Binance geht hops und sowas. Nein, wir reden hier von Binance US. Binance US ist trotzdem immer noch ein interessanter Markt, vor allem, weil der ganze US-Markt halt dahinter hängt. Aber wegen dem ganzen Geschiss dann mit der SEC und was weiß ich was, wurde das ja damals deutlich heruntergefahren. Man hat sich gegen Binance etc. entschieden. Oder man kann da auch nicht mehr handeln drauf. In Deutschland ist es ja seit, ich glaube, jetzt eineinhalb Jahren üblich, dass man auf Binance gar nicht mehr handeln kann. Also war früher, ich glaube, zu Beginn war das so die Börse, wo ich gesagt habe, okay, da handele ich. Wurde dann ja im Endeffekt eingestampft. Und deswegen musste sich jeder auf, ja, andere Börsen wiederum umgucken. Und hier nochmal der ganze Bericht. Binance US ist der US-Ableger der globalen Kryptobörse Binance. Am 5. Juni reichte die SEC eine Klage gegen beide Kryptobörsen ein, unter anderem wegen nicht registrierter Wertpapierangebote, bla bla bla, und sogenannten Wash Trading. Und das ist der interessantere Punkt. Und das geht ja auch immer wieder so rum, dieses Gerücht bei Binance, dass eben das betrieben wird. Es ging aber hier in diesem Artikel, wo es eben um diese 5 Millionen Handelsvolumen geht, nur um Binance US. Weil, wenn wir uns jetzt einfach mal auf, ich habe es rausgesucht bei CoinMarketCap, das Derivate Exchange Volumen angucken, ist Binance einfach immer noch komplett marktmacht. Also Binance, gut, es ist ein deutlich, es hat sich deutlich mehr verteilt. Das ist positiv. Wir sind nicht mehr so abhängig von Binance, wie in den letzten, ich sage jetzt mal 3, 4 Jahren, weil da war es wirklich krass. Da hat Binance mit nach dem FTX Crash und noch ein paar anderen Börsen und sowas da passiert ist, hat Binance hier eine Monopolstellung gehabt. Es verteilt sich immer mehr durch Börsen. Man sieht es ja hier wie Bybit, OKX, KuCoin, auch wenn es hier immer mal wieder fatt geht, aber der hält sich immer noch in Grenzen, auch Kraken relativ hoch. Also es tut sich hier was. Es verteilt sich immer, immer mehr, was positiv für den Kryptomarkt ist und was natürlich Binance auch ein bisschen schadet, muss man natürlich auch sozusagen, wir haben es gerade gesehen, Binance US, deutlich eingebrochenes Volumen, schadet natürlich Binance auch, aber ganz ehrlich, die sollen sich hier nicht beschweren, die kriegen sowieso genug Kohle. Aber jetzt gehen wir mal noch weiter. Was ging da noch so? Zudem nicht vergessen, die Mt. Gox-Verkäufe wurden zwar jetzt auf 2024 verschoben, aber die US-Regierung hat bis Ende des Jahres was noch Milliarden Dollar im BTC zum Dumpen bereit. Das Gelbe gilt für FTX. Da bin ich immer so ein bisschen so zwiegespalten, ob man das wirklich alles so ernst nehmen sollte mit dieser ganzen Geschichte. Klar, Mt. Gox wieder verschoben. Ich denke auch, dass sich das einfach wieder verschieben wird. Nächstes Jahr, das geht jetzt auch, seit ich den Kryptomarkt begonnen habe, wird es immer, immer wieder verschoben. Es sind immer so Dumping-Szenarien, bla, bla, bla. US-Regierung hat BTC. Schauen wir mal, ob da auch überhaupt was passiert. Oder, und das ist so meine andere Theorie, vielleicht gehe ich da jetzt wieder ein bisschen zu weit, keine Ahnung, dass die wiederum von BlackRock irgendwie aufgekauft werden. Wir haben die ganze ETF-Geschichte, was da halt alles noch im Hintergrund läuft und sowas, aber das ist nur meine Meinung dazu, würde ich mir jetzt nicht so Gedanken machen. Genauso mit dem FTX-Ding sollte ziemlich vieles eingepriesen sein. Ja, dann, wie gesagt, wir haben ja hier ein paar Sachen. Binance geht gegen die SEC-Klage vor. Das mit dem Wertpapierhandel, ganz ehrlich, bin ich auch akkord mit, es ist einfach ein Schmar, auch wenn für mich, ich habe das damals schon ein bisschen anders gesehen, dass es für mich trotzdem Wertpapiere sind, weil wenn Apple jetzt sagen würde, sie bringen einen Token raus, ist es 1 zu 1, wie Aktien gleichzustellen. Nur mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir brauchen jetzt auch hier keine Argumentation, das ist einfach meine Meinung. Binance weiß die Anschuldigung der SEC-Unerlaubten Werbepapierhandel zu betreiben zurück. Alles okay. Und dann gibt es aber auch noch was. CSET will über Sefu und Binance US aufklären, widersprechende Angaben gegenüber der SEC. Und da fängt es dann auch wieder an. Widersprüchliche Aussagen. Man wollte hier, ja, ungehinderten Zugriff zur Software von Binance US, also wollte die SEC, wurde aber dann wiederum abgelehnt. Also man versucht, also CSET versucht ja auch auf Twitter immer so ein bisschen, ja, all is safe, alles is safe und sowas würde ich, ich verstehe mittlerweile, das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grund für das Video, weil diese Diskussion haben wir jede Woche. Jede Woche gibt es irgendwelche, ja, hier Binance Aussagen, hier Binance Aussagen, da Binance Aussagen, Binance geht pleite, Binance FAT etc. Bp, ihr wisst doch, was ich meine da draußen, ne? Und ich frage mich gerade immer, gibt es wirklich noch Leute da draußen, die, jetzt mal, ich rede jetzt mal vom deutschsprachigen Raum, gibt es noch Leute, die wirklich auf Binance handeln? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich meine mit Handeln auch Spot kaufen, nicht nur Trading, weil Trading ist in Deutschland sowieso durch, aber in mancher anderen Region ist es ja noch erlaubt. Aber wer und warum handelt ihr auf Binance noch? Es würde mich brennend interessieren. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben, warum ihr da noch handelt. Würde mich einfach interessieren, weil ich kenne persönlich kaum noch einen, der überhaupt irgendwas auf Binance liegen hat. Zweitens, dieser ganze FAT. Wenn ihr Angst habt, geht da weg. Ihr habt hier, ich habe es gerade gezeigt bei CoinMarketCap, ihr habt wie viele Exchanges hier? 61, die hier gelistet sind. Gut, CoinEx würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber ihr habt hier ganz, ganz viele Exchanges, wo ihr euer Zeug kaufen könnt, traden könnt. Dann, zweiter Punkt, was sowieso bei Börsen immer gilt, ihr sollt dort nichts liegen lassen. Wenn ihr Probleme habt oder wenn euch das schon wehtun würde, denkt doch einfach mal drüber nach. Ihr seid auf einer Börse, wir sagen jetzt Binance, Binance geht hops, würde euch das wehtun extrem. Habt ihr eure Ersparten da drauf, dann zieht es weg. Wir haben dafür Alternativen. Dafür gibt es einen Ledger, auch wenn dieses Ganze mit dem Ding da, was jetzt da vor ein paar Wochen war, auch Ledger ein bisschen geschadet hat, dann geht eben zur Bitbox rüber. Auch, es gibt Hardware-Wallets. Zieht euer Zeug auf die Hardware-Wallets, verkauft kriegt ihr es auch auf anderen Exchanges, wenn ihr es verkaufen möchtet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es sollte, ich glaube, jeder YouTuber, klärt euch darüber auf, tut euer Zeug auf ein Hardware-Wallet. Es ist einfach das Wichtigste überhaupt im Crypto-Space, damit ihr es dezentral wirklich habt, weil auf einer Börse gehört euch das Zeug nicht. Wenn die Börse hops geht, wie bei FTX, ist alles weg. Habt dann nur das nötigste Trading-Volumen einfach drauf, wenn ihr tradet oder ansonsten zieht es ab, zieht es woanders hin und fertig ist die Geschichte. Deswegen verstehe ich auch teilweise, ich verstehe den FUD beziehungsweise die Angst nur in einem Sinne bei Binance. Und das ist, wenn Binance hops geht, da liegen, wie gesagt, sehr, sehr viel Trading-Volumen. Wir können uns das nochmal angucken. Wir haben hier sehr, sehr hohes Trading-Volumen von 16 Milliarden Dollar. 16 Milliarden Dollar. Das würde von heute auf morgen einfach weggehen. Von heute auf morgen wäre dieses ganze Trading-Volumen weg. Wir wissen, CZ ist jetzt nicht der sauberste Kerl. Wir wissen, hier wird bewusst natürlich Wash-Trading, hohe APR und sowas. Wir haben das mit den True US-Dollar, wir haben das BUS-Dollar und dieses BUS-D, auch nochmal ein Punkt, wo ich nochmal drauf zu sprechen wollte, hat ja auch für einen Bitcoin-Pump gesorgt. Ihr könnt euch daran erinnern, das waren ja damals diese Gerüchte, wir gehen auf den Weekly-Chart, wir machen das nochmal ganz kurz von der Chart-Analyse von heute Morgen weg. Der Pump, der hier entstanden ist in dieser Zeit, wird auf CZ zurückgeführt mit BUS-D, die plötzlich erschaffen wurden. Deswegen wurde jetzt BUS-D eigentlich fast überall mittlerweile delistet und das ist auch immer noch sowas, so ein bisschen im Kopf einfach hier rumspürt, dass wir solche Kurse nochmal sehen könnten. Das würde bei einem Binance-Fall auf jeden Fall passieren, dass wir diesen Crash auf jeden Fall nochmal bekommen würden. Die Frage ist nur, warum wünscht sich jeder? Natürlich wissen wir, dass Binance keine saubere Börse ist wahrscheinlich. Ich will hier nichts unterstellen, aber ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Aber es würde vielleicht guttun, dem Markt erst einmal, dass das hier komplett hops geht, also dass Binance hops geht. Die Frage ist, wie schnell erholt sich ein Kryptomarkt von einer Börse, die 16 Milliarden Volumen hat in 24 Stunden? Das ist dann wiederum die andere Frage. Ihr müsst euch ja vorstellen, da hängen wahrscheinlich sehr, sehr viele Existenzen dran, die einfach dort was liegen haben. Deswegen von mir einfach immer die Warnung, zieht euer Geld von den Börsen ab, habt da nur das Nötigste drauf, zieht es auf den Hardware-Wallet und ihr seid fein aus der ganzen Geschichte raus. Natürlich, wenn Binance hops geht, dann crashen die Kurse runter, aber lieber habt ihr dann eure Crash-Token noch, die weniger wert sind, anstatt dass ihr sie gar nicht mehr habt. Also ganz, ganz dringende Warnung. Auf jeden Fall, ihr habt ja gerade schon gesehen, ich habe hier den BNB-Chart noch offen gehabt, den mache ich jetzt gerade nochmal auf, weil das eben auch ein Punkt war, den Dave hier nochmal angesprochen hat, dass mit dem bullischen Szenario Binance US schließt, ist meiner Meinung nach absehbar. Absehbar, dass Binance US schließt, wegen dem ganzen SEC-Mist, aber wie gesagt, nur noch 5 Millionen Handelsvolumen, das kann woanders hinwandern. BNB fällt und liquidiert Milliarden 50 bis 120 US-Dollar. Bin ich eigentlich akkord mit, nur dass ich sogar sage, okay, die 50 US-Dollar auf jeden Fall, also die Range zwischen 50 und 120 ist sehr, sehr hoch. Wenn wir jetzt mal gucken, Binance oder der BNB-Token ist in einem deutlichen Abwärtstrend, es würde passen, wir sind hier an einem einigermaßen Support, wenn dieser bricht, haben wir ein riesiges Gap und sollte dieser Support brechen, könnte es hier bis auf 75% heruntergehen. Das würde für einen Binance Crash sprechen. Den würden wir aber nicht kriegen, wenn nur Binance US schließt. Ich gehe nicht davon aus, nur weil Binance US schließt, dass wir hier bei nur noch 5 Millionen Handelsvolumen, das ist halt eben dieser Punkt, dass wir da noch 75% Crash sehen. Das würden wir wirklich nur dann sehen, sehr, sehr wahrscheinlich, wenn Binance komplett hops geht. Aber dann sehen wir auch nicht 75% Crash, dann sehen wir einen sehr, sehr tiefen Crash. Aber dieses Gap hier ist natürlich, oder diese Ineffizienz auch charttechnisch, ist hier sehr, sehr interessant. Also ich bin sowieso nicht in Binance oder in BNB investiert. Ich lasse da absolut die Finger von. Ich würde es von meiner Seite auch aus nicht empfehlen, wenn eben auch diese Sorgen bekannt sind und sowas. Lasst es einfach. Es kann charttechnisch auch absolut in die Hose gehen, wie ihr hier seht. Also seid da einfach komplett vorsichtig. Gehen wir aufs bearishste Szenario, wobei ich das eigentlich schon bearish finde für BNB. Binance.com folgt den gleichen Glauben und rackt den Markt. Ob die wirklich die Mittel haben, den Markt komplett zu racken, sei mal dahingestellt. BNB geht auf Null. Das wäre natürlich dann die logische Schlussfolgerung. Deswegen gerade nochmal den Chart. Wenn wir diesen Ding kriegen, den kriegen wir nicht wegen Binance US. Wenn, dann kriegen wir, wenn Binance komplett rackt, kriegen wir hier alles. Und dann ist das Ding auf Null. Stimme ich ihm absolut zu. Und alles ist zum Scheitern verurteilt und BTC fällt auf 10.000 bis 12.000 US-Dollar. Das Erste ist wahrscheinlicher. Jedoch sollte man auf alles gewappnet sein. Das ist meine Sicht. Ich will weder FAT noch Sonstiges damit verbreiten. Was ist eure Meinung dazu? Und das finde ich ganz gut. Also wie gesagt, dem bearishen Szenario gehe ich voll akkord mit ihm. BNB würde dann auf Null gehen. Und wenn Binance eben mit diesem krassen Handelsvolumen, mit diesem ganzen, ja, was alles über Binance läuft, rackt und richtig pleite geht, dann ist der Kryptomarkt erst einmal im Arsch und dann haben wir riesige Probleme und dann bin ich auch voll akkord mit ihm, dass wir hier Kurse zwischen 10.000 und 12.000 US-Dollar finden. Ihr könnt euch noch daran erinnern, hier war so dieser letzte Turnaround-Point. Wir haben hier noch eine größere Ineffizienz. Es macht charttechnisch absolut Sinn. Also ich bin hier, ich finde es einen wichtigen Punkt, was er hier angesprochen hat. Ich finde es auch gut, dass es hier geteilt wurde in der Gruppe, dass man mal darüber spricht und auch so ein bisschen die Sorgen auch noch mal ein bisschen erneuert. Aber, wie gesagt, mein Tipp an euch, zieht, wenn ihr überhaupt noch da traden könnt oder handeln könnt, zieht doch einfach alles ab. Damit macht ihr nichts falsch, zieht euch auf ein Hardware-Wallet, investiert diese Scheiß, was kostet Ledger 80 Euro, was kostet Bitbox 120 Euro, investiert dieses Geld. Dieses Geld kann im Endeffekt, wenn ihr, auch wenn ihr nur 1.000 Euro auf einer Börse liegen habt, ist es nicht besser, ihr investiert 120 Euro, als 1.000 Euro zu verlieren? Also nur mal die Relation zu setzen, überlegt euch das einfach gut und ansonsten, ich bin kein Fan von Binance, ich werde weder in BNB noch investieren, weder irgendwas mit BUSD oder sonst was noch machen, würde ich euch auch nicht empfehlen, zieht einfach alles ab und sucht euch andere Börsen. Das ist einfach der einfachste Tipp, verteilt es vielleicht, wenn ihr sagen wollt, okay, nee, ich will was auf Börsen haben, dann verteilt es auf viele Börsen. Das ist nämlich auch so was, viele legen dann nur auf Binance oder nur auf Bybit. Ich habe auch 3, 4, 5 Börsen immer mal, auch mal was verteilt, weil du kriegst sowieso nicht alle Token irgendwie da und dann kannst du teilweise auch was nicht auf den Ledger parken oder sowas, ne. Auch so ein kleiner Tipp, aber diese ganze Binance-Ding-Geschichte hat mich jetzt einfach auch mal so ein bisschen eben durch diesen Text nicht genervt, aber es muss vielleicht auch mal ein bisschen ausgesprochen werden, dass man hier einfach warnt. Kurse von 10.000 bis 12.000 sind meiner Meinung nach nur möglich bei Bitcoin, wenn Binance rackt. BNB, 50 US-Dollar, möglich, da muss aber ein Grund vorliegen und nicht, dass Binance komplett pleite geht, weil das macht keinen Sinn. Dafür müsste so ein 75-prozentiger Abverkauf, wird nicht dadurch entstehen. Charttechnisch kann das Ding nur komplett nach unten ballern, wenn wir irgendwelche anderen Gründe haben, die kommen. Ob das mit der SEC zu tun hat, ob Binance da selber ein bisschen fatt verurteilt, alles möglich. Aber ansonsten, wie gesagt, zieht da alles ab, macht euch einen guten, holt euch einen Ledger, holt euch eine Bitbox, zieht alles von Binance ab und versucht euch nicht zu viel unter Druck zu setzen. Ja, das Einzige, ihr könnt es sowieso nicht beeinflussen, das ist auch ein ganz wichtiger, ihr könnt nicht beeinflussen, was mit Binance passiert, aber ihr könnt vorsorgen und euch ein entspannteres Leben machen. So, und das waren gute Worte von mir, ich würde sagen, gerne, wie gesagt, schreibt eure Meinung mal dazu, nutzt ihr Binance noch, nutzt ihr es nicht, was haltet ihr davon, seht ihr, BNB auch bei 50 US-Dollar, es ist möglich charttechnisch, wir haben es uns gerade angeguckt, auf Weekly-Sicht oder Daily-Sicht, gerne eure Meinung dazu reinschreiben. Das war es von meiner Seite, wir hören uns zum nächsten Video wieder, bis dahin, ciao, ciao, und wie immer, stay good.